Okay, fertig. 200 für das Schwein, 350 für gebutterte Nudeln, 150 für das Brötchen und 75 für die Butter. Mein Gott, als hättest du Kalorien, Asperger. Das ist kein Frühstück. Ist Kaffee auch nicht. Du machst eine Menge Sit-Ups. Ich behandle dich nicht, wenn du überhaupt nicht mehr weiterleben willst. Guter Vortrag. Ich habe es unter Kontrolle. Ist das nicht witzig? Das ist ein Kuchen. Ich habe es unter Kontrolle. Ich habe es unter Kontrolle. Geht's wieder? Ich hätte nicht so schnell aufstehen sollen. Willkommen unserer neuen Hausbewohnerin Ellen. Hi. Oh mein. Wie schaffst du das? Essen meine ich. Ich habe keine Lust zu lügen. Ich habe mächtigen Hunger. Mom, du siehst wie ein Gespenst aus. Ich bin irgendwie wütend oder so. Auch mein Leben hängt daran, denn ich habe irgendwie keine Schwester. Was ist mit dir los? Ich sehe einfach keinen Sinn. Manche sagen gern, ich liebe dich. Aber was sie meinen ist, dass sie nur das eigene Gefühl lieben, jemand anderen zu lieben. Gott, ich weiß nicht mal, wo ich anfangen soll. So viel ist falsch daran. Wenn du so weitermachst, warst du eines Tages nicht mehr auf. Ich kann nicht aufhören damit. Jedes Mal, wenn du diese Stimme hörst, sagst du einfach, verschwinde. Verschwinde, Stimme! Das bist du! Hat jemand von euch eine Ahnung, warum wir hier sind? Weil wir am Leben sind. Sehr gut. Mir scheint, sie machen echt schon Fortschritte. So, dass sie mal gut leben werden und halbwegs interessierte Menschen. Hör ich da wagen Optimismus heraus? Ich sagte nur halbwegs. Das ist das, was wir hier sind.